Willkommen Imker Freunde zum Teil 2 der Bienenkistenserie. Vor jeder Praxis steht immer die Theorie und hier in diesem Video soll es um die Theorie in der Vorbereitung der Bienenhaltung gehen. Bienenrecht etwas für einen Kurs, so die Fragen, die sich dem Jungimker alles stellen. Um dieses trockene Thema etwas aufzulockern, haben wir uns hier an eine andere Location gewagt. Es ist eine schöne Lichtung, auf der ein Bienenstand eines heimischen Imkers ist, den ich öfters besucht habe in meiner bienenfreien Zeit und diese Aufnahmen sollen etwas das trockene Thema auflockern und freudig gestalten mit Vorfreude auf das, was nach der Theorie kommt. Zu meiner Linken ist Emily, unser neuer Hund, gut neu, schon etwas ältere Maus aus dem Tierheim, aber eine ganz Liebe, die mich jetzt bei zwischen den Spaziergängen begleiten wird. Junior gibt es leider nicht mehr. Von weg, ganz wichtig, dieses Video ist keine Rechtsberatung. Dieses Video hat nicht den Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit. Viele Themen sind regional unterschiedlich, von Bundesländern und von Kommunen unterschiedlich. Bitte informiert euch vorher selbstständig nochmal über die genauen über die genauen Gesetzestexte, die euch betreffen in eurem Bundesland, eure Region, eure Kommune. Aber eins sei gesagt, Nummer eins, die Bienenhaltung ist keine Privatsache. Die Bienenhaltung ist keine Privatsache in dem Sinne, weil die Bienen nicht eingefärscht werden können oder auf eine Koppel gehalten werden können, sondern sie fliegen frei herum. Das bedeutet, mit der Bienenhaltung betrifft oder mit der Bienenhaltung, die ich halte und wie ich mit meinen Bienen umgehe, erreiche ich auch andere Bienenvölker, andere Imkern. Und somit ist die Bienenhaltung keine Privatsache. Die Bienenhaltung hat aber einen hohen Stellenwert und ist als einzigste Bienenrasse, wie mir bekannt ist, im BGB, also im Bürgerlichen Gesetzbuch rechtlich erwähnt, was den Stellenwert der Honigbiene also herausstellt als Nutztier. Deswegen gehen wir auch hier ein bisschen so auf die rechtlichen Sachen auch mit ein und auf eure Rechte. Dadurch, dass die Bienenhaltung keine Privatsache ist und wie ich schon sagte, eingangs erwähnt, dass die Bienen auch einen relativ großen Flugradius haben, ist der Umgang mit diesem Lebewesen natürlich oberste Priorität. Es ist wichtig, sich auszukennen mit Krankheiten und mit Umgang über Krankheiten. Und es ist ganz wichtig, die Räuberei zu verhindern, denn über Räuberei kann man Krankheiten selbst erhalten oder selbst auch verbreiten. Und Räuberei ist auch keine ganz tolle Geschichte am Volk, die ja eure Völker auch selbst in Mitleidenschaft bringen können. Und dieses gilt es unbedingt zu vermeiden. Also keine offenen Waben rumstehen lassen, keine Honigeimer rumstehen lassen, die Fluglöscher so groß zu halten, dass die Bienen diese auch verteidigen können. Ganz wichtig. Was auch ganz wichtig ist, ihr benötigt keine Genehmigung für die Haltung der Bienen und für die Aufstellung der Bienenvölker. In Anführungsstrichen keine Genehmigung. In dem Sinne, ihr dürft heute euch ein Volk kaufen, euch in den, in euren Garten hineinstellen. Wenn ihr Bienenhäuser baut oder Unterstände baut, bedeutet das höchstwahrscheinlich, dass ihr da eine Baugenehmigung benötigt. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was da eure Erfahrung ist. Bienenstände bauen auch im Außenbereich wird das oft genehmigt, aber es kann sein, dass ihr sie auf jeden Fall eine Genehmigung dafür benötigt. Und hier wiederum das Aufstellen der Bienenvölker muss ortsüblich sein. Und damit bedeutet das, dass ihr keine Genehmigung benötigt. Ortsüblich ist im ländlichen Raum einmal schon immer gegeben. Selbst im stadtnahen Bereich ist das gegeben. Mittlerweile ist es ortsüblich auch in Städten, weil viele Stadtimker gibt es. Wichtig Voraussetzung ist, euch gehört das Grundstück oder ihr habt die Genehmigung des Grundstückeigentümers, dass ihr da Bienenvölker aufstellen dürft. Ortsüblich oder ortsunüblich wäre unter anderem, wenn ihr an einer kleinen Gartenanlage 40 Völker aufstellt. Das ist zum Beispiel ortsunüblich, selbst wenn es im ländlichen Bereich ist. Also da müsst ihr schon ein bisschen Obacht geben. Aber gegen ein, zwei Völker ist so gut wie nirgendwo was einzuwenden. Ich erwähnte schon, dass die Bienenvölker im BGB erwähnt sind. Und das betrifft das Begehungsrecht fremder Grundstücke beim Einfangen eines Bienenschwarmes. Also wenn ihr einen Bienenschwarm verfolgt, der euer eigen ist, es kann auch ein fremder Bienenschwarm sein, dürft ihr fremd die Grundstücke betreten. Das ist vielen Grundstückseigentümern sicherlich nicht bekannt und die werden euch sicherlich auch doof angucken oder doof ansprechen. Deswegen gilt es immer vorher, wenn ihr einen Bienenschwarm verfolgt, doch zu gucken, ob ihr jemanden fragen könnt, bevor ihr in den Garten hinein stürmt. Aber das Recht, ihr seid auf der rechtlichen, sicheren Seite, es kann keiner euch verklagen. Ihr habt aber auch die Pflicht des Schadenersatzes. Also wenn ihr bei der Grundstückseigentümerin den Zierauhorn, den Ast abschneidet, um den Schwarm einzufangen, dann seid ihr dazu dann auch schadensersatzpflichtig. Oder wenn ihr irgendwelche Schäden am Zaun macht, über denen ihr steigt, was auch immer. Das muss euch bewusst sein. Ihr habt eine einzige Pflicht und zwar die Meldepflicht bei der Tierkäufer-Seuchenkasse. Die Meldepflicht bei der Tierkäufer-Seuchenkasse beinhaltet das, dass der euer Standort bekannt ist, sodass wenn eine solche auftritt, die Tierkäufer-Seuchenkasse euch anschreiben kann, euch kontaktieren kann, für Maßnahmen vorsehen kann. Das ist die Meldepflicht, die machen wir einfach mal zusammen, die ist kein Hexenwerk, das ist nur Spaß. Ja, diese Pflicht habt ihr. So, die Tierkäufer-Seuchenkasse-Anmeldung ist überhaupt kein Problem, heutzutage mehr, es geht alles online, überhaupt kein Thema. Such euch ein Kontaktformular bzw. die Online-Seite für euren Bezirk, für euren Kreis heraus. Bei uns ist es die sächsische Tierkäufer-Seuchenkasse. Joa, und dann gehst du einfach hier runter, hier hast du die Neuanmeldung. Machen wir das mal da drauf. Klappe, sops. Hier steht auch alles beschrieben, den Tierbestand, E-Mail und so weiter. Man kann auch ein formloses Schreiben per Post schenken, für diejenigen, die im Internet nicht ganz zu Firmen sind. Und vor allen Dingen wichtig, die Neugründung, Neubeginn der Tierhaltung innerhalb von 30 Tagen. Also ihr könnt es vorher machen, ihr könnt es auch innerhalb von 30 Tagen nachträglich machen. Ja, und dann schreibt ihr einfach mal eure Postadresse rein und wir fangen damit jetzt einfach mal an. Die Firma habe ich nicht. So, den Rest mache ich mal alleine. Es geht weiter. Hier sollte dann noch eine Registriornummer rein. Wäre es mal egal. Habe ich wahrscheinlich. Standort der Tierhaltung ist die gleiche wie... Ja. So, dann entspricht der Standort, entspricht derselben wie der Postadresse. Und dann geht es dann einfach weiter mit dem Tierbestand. Und dann haben wir hier verschiedenste Sachen drin. Und wir machen einfach mal Anzahl der Bienenvölker. Wir melden ein Bienenvölk. Na, hier eins. Und da habt ihr auch gleich den Preis hier unten drauf. 5,20 Euro kostet mich das im Jahr. Ja, das ist doch Spaß, oder? Und dann einfach nur noch absenden. So, nee. Beginn der Tierhaltung. Ach, wir haben vergessen. Ich kriege einen Kunstschwarn. Und den kriege ich bald. Na, machen den einfach den 15.07.2024. Datum ist ungültig. Okay. Dann machen wir das hier. Machen wir den 16. draus. Genau. Und tschüss. Und so einfach ist das mit der Tierseulchenkasse. Der Blick für die Tierseulchenkasse ist auch schon da. Mit dem Halbjahresbeitrag von 5,20 Euro. Also ganz schick und einfach. Was noch wichtig wäre. Na los, Emilie. Schaffst du es noch heute? Ja, schaffst du es noch. Kommt aus. Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung. Schaut in eurem privaten Haftpflichtversicherung oder fragt euren Versicherungsagenten, ob die Bienenhaltung in euren privaten Haftpflichtversicherungen mit inbegriffen ist. Oder ob es einen Zusatz gibt, den ihr einfach zubuchen könnt. Das macht die ganze Sache mit euren Nachbarn dann später mal einfacher, wenn irgendwas passiert. So. Haftpflichtversicherungen kommen wir dann später noch zu dem Thema im Verein. Da sieht man mal den Stand in seiner Fülle. Welche auf einer Zarge, zwei Zargen. Da ist ein Ablegerkasten. Bevor man mit der Bienenhaltung beginnt, ist es natürlich wichtig, sich ausreichend zu informieren und auch ein ordentliches Fachwissen anzueignen, um die Bienen wesensgemäß, sachgemäß zu halten. Und da gibt es natürlich jetzt unsägliche Möglichkeiten. YouTube, Bienenbücher, Zeitschriften und natürlich auch Kurse. Kurse. Wie stehe ich zu Imkerkursen? Was denke ich über Imkerkurse? Und hier muss ich sagen, zu meiner Zeit gab es diesen Füllefanz überhaupt nicht. Wir sind in der Bibliothek, haben uns richtige Bücher mit Zeilen und Papier ausgeliehen, haben uns Bücher gekauft, haben uns reingekniet, haben gelesen, ordentlich gelesen und ausprobiert und haben unseren eigenen Weg gestaltet. Diesen Füllefanz gab es damals nicht. Ich bin zwar ein älterer, weißer Mann, aber hoffentlich nicht ganz so verbohrt und muss euch gestehen, ich habe auch schon einen Bienenkurs, einen Imkerkurs in meiner frühen Jugend gehabt. Und dieser Imkerkurs war mein Großvater. Er hat mich zwar bloß zwei Jahre begleitet, bevor ich meinen eigenen Weg gegangen bin, aber das war mein Bienenkurs, mein Imkerkurs. Und wie stehe ich dazu? Ich selber, das ist meine persönliche Meinung, bin kein Kurstyp. Egal was ich mache im Moment, ich besuche ungern Kurse. Ich gehe gerne meinen eigenen Weg. Das ist meine Herausforderung, mir das Wissen anzueignen, auszuprobieren, mich zu verwirklichen, meinen Weg zu gehen. Das ist meine persönliche Geschichte. Das hat aber zum Nachteil, dass ich natürlich viele Fehlschläge habe, viele Fehler mache, viel Geld investiere und viel Geld verliere. Und auch viel Zeit verliere. Verliere. Das muss ich in Anführungsstrichen setzen. Ich brauche einen viel längeren Weg, um ans Ziel zu kommen. Aber es ist mein Weg zu dem Ziel hin. Und das ist meine Geschichte. Die Imkerkurse sind toll. Sind echt toll für alle die, die gerne einen sicheren Weg gehen wollen. Um auch die Angst zu überwinden, weil Bienen können stechen. Und man hat wahrscheinlich eine relativ große Angst davor. Und einfach die Angst zu nehmen, ist erstmal ein Bienenkurs ganz, ganz toll. Der Bienenkurs ist wunderbar dafür, da auch mal reinzuschnuppern, ob überhaupt das was für einen ist, bevor man das ganze Material kauft, was man da braucht. Und auch natürlich die ersten Schritte zu gehen, ohne große Verluste zu haben. Dafür ist ein Bienenkurs wirklich, wirklich toll. Und ich empfehle das auch den meisten, einfach so einen Kurs zu besuchen. Es geht die ersten Schritte. Wie gesagt, meine persönliche Meinung ist anders, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Noch viel schöner wäre es, wenn man einen Imker-Paten hat. Einen Menschen, der um die Ecke wohnt, der einen mitnimmt und einen hilft bei der ganzen Geschichte. Wie mein Großvater. Weil dann kann man reinschnuppern, dann kann man erstmal schauen, ist das was für einen. Und er begleitet einen über den Kurs hinaus, quasi über das Jahr hinweg. Und das ist eine viel bessere Möglichkeit. Aber es gibt diese Generation nicht mehr so sehr viele Imker-Paten, die ein großes Fachwissen haben. Und deswegen gibt es ja diese Imker-Kurse, wo Menschen mit guter Erfahrung, mit großer Erfahrung, ihr Wissen an eine Vielzahl an Imkern weitergeben. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich empfehle es eigentlich jedem Anfänger, der ein bisschen ängstlich ist oder einfach mal reinschnuppern will. Auf jeden Fall. Die haben schon den Mäusenschutz unten dran. Fliegen auch fleißig. Und kommen wir zum Thema Verein. Verein ist für mich von der Stellenwertigkeit noch viel wichtiger als der Imker-Kurs. Meine persönliche Meinung. Ich war selber früher Vereinsvorsitzender und bin aktuell in keinem Imker-Verein und möchte das auch gar nicht mehr. Ich möchte für mich meine Ruhe haben. Meine persönliche Meinung. Beim Verein oder der Eintritt in einen Verein empfehle ich jedem Jungen-Imker, jeder der einsteigt in die Imkerei, empfehle ich den Eintritt in den Verein. Erstmal, man hat soziale Kontakte, die heute sagen relativ wenig sind. Man hat einen großen Pool an Imker-Fachwissen, an verschiedensten Fachwissen, weil jeder Imker auch eine andere Methode hat. Man muss natürlich sehr selektieren, was man aber heutzutage in dem Internet auch muss. Man sagt nicht umsonst drei Imker, zehn Meinungen. Und das hat man in so einem Verein auch. Und dieses Video betrifft alle Imker, die anfangen wollen. Es betrifft nicht bloß die Imker mit der Bienenkiste. Für die Imker mit der Bienenkiste, ihr müsst rechnen, dass ihr im Verein etwas schief angeguckt werdet. Oder vielleicht nicht unbedingt auf Liebe stoßt am Anfang. Das gibt sich aber meist relativ schnell. Das wollte ich bis vorhin weg sagen. Oder ihr sucht einen Verein, der für sowas offen ist. Das ist auch eine Möglichkeit. Das Schöne am Verein ist, ihr habt auch in der Region Ansprechpartner, wo ihr Bienenmaterial kaufen könnt. Wo ihr aber auch was verkaufen könnt an Imkermaterialen. Gerade wenn ihr dann später mal Schwärme habt, wo kriegt man sie los? Das beste Anruf ist im Verein. Der Verein hat darüber hinaus noch einen sozialen Effekt. Oder die meisten Vereine betreuen dann irgendwelche Bienenlehrpfade. Wer da Bock drauf hat, für die Öffentlichkeitsarbeit ist das auch eine ganz gute Geschichte. Was noch wichtig ist bei einem Imkverein, ist, dass man da auf jeden Fall auf dem neuesten Stand allen Wissen ist, was an Neuerungen kommt, was an rechtlichen Sachen kommt, was auch mit Krankheiten einhergeht. Was Faulbrotgebiete sind, Sperrgebezirke sind etc. Dieses Wissen bekommt ihr relativ schnell über einen Verein. Ich persönlich bekomme das nicht. Ich muss es mir raussuchen oder bin dann überrascht, wenn ich nicht in einem Verein bin. Das ist ganz klar. Das muss man wissen. Weiterhin bezahlt man in einem Verein oder mit dem Eintritt in eines Imkervereins tritt man meistens in den Landesverband mit ein. Und man passt immer so. Und über den Landesverband, wie bei uns in Sachsen zum Beispiel, hat man verschiedene Versicherungen noch obendrauf. Man kriegt oder man hat eine gewisse Rechtsschutzversicherung meistens mit drin. Man ist, glaube ich, auch unfallversichert, wenn was passiert beim Volk, bilde ich mir ein, aber nie hundertprozentig. Aber auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung, was wir vorhin erwähnt haben, ist bei einem Eintritt in einem Verein mit integriert. Und die ganzen Geschichten, wenn man mal einen Seuchenfall hat, die Abwicklung läuft über den Verein. Das muss man nicht selber tun. Und bei uns in Sachsen bekommt man, wenn man in einer Tierseuchenkasse sich meldet, melden muss, bekommt man für seinen Obolus, für seinen Beitrag auch einen gewissen Anteil an Arzneimittel für die Varroa-Bekämpfung. Ich selber muss mich selber melden und muss das selber abholen. Beim Verein wird das meistens zentral gemacht. Es wird zentral eine Meldung abgegeben und die Abholung der Arzneimittel wird über den Verein meistens gehandhabt und dann ausgegeben. So kenne ich das. Also ist da auch wieder ein Weg gespart. Tja, und natürlich eine ganz schöne Sache immer, die geselligen Abende zusammen beim Bierchen oder was auch immer bei einer Limo dann mit Imkern zu schwatzen und alte Geschichten zu hören, sind natürlich auch eine ganz schöne Geschichte bei einem Verein. Empfehle ich jedem, auf jeden Fall, wer mit Imkern einfängt, sofort in den Verein eintreten, bevor man Bienen sogar noch hat in den Verein eintreten und da die ersten Kontakte küpfen. Vielleicht bekommt man da auch relativ schnell Bienen- und Bienenmaterial und Informationen. Aber, wie gesagt, überall Obacht geben, selektieren. Nicht jede Meinung trifft auf einen zu. Und jede Betriebsweise trifft auf einen zu. So, im groben Ganzen habe ich jetzt alles abgehackt, was an Theorie ist. Und hoffe, es hat euch etwas weitergebracht. Wir zwei machen jetzt los, wa? Machen wir los? Ja, es geht zum Abendbrot. Wir machen los. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.